Quiconque souhaite parer sa commune pour l'avenir, ne doit manquer la suisse publique sous aucun prétexte. Ich komme von Bad Ragaz, und wir kommen hier in den Suisse publique immer, weil wir hauswärts sind, und wir sind interessiert an Neuigkeiten. Man sieht eigentlich wieder viele Lieferanten, kann weiter mit den Schwätzen, die man rund um die Jahre eigentlich zu tun hat. Ja, es gibt sehr viele verschiedene Sachen zum Anschauen. Die Suisse publique ist die Professionelle Suisse für die öffentliche Kollektivitäten. In den Bereichen gibt es, unter anderem die Sapeurs-Pompiers, die Sapeurs-Pompiers-Service-Service-Service, die Kommunikation, die Informatik und viele andere. Ihr wisst, die Suisse publique hat, hat die ganze Bereichen des Markets publikiert. Und es gibt nur die Suisse publik, dass ihr eine solche Diversität profitiert. Für die Besucher ist es eine einmalige Gelegenheit, in einem Tag die gesamte Palette der Feuerwehr über Winterdienste, Grünpflege, Kommunalfahrzeuge etc. zu sehen und sich zu informieren. Quelques 600 Exposants präsentent ihre Nouveauté. Ils soignaient également leur Kontakt avec la clientèle, präsentent leurs solutions innovantes et concluent des Affaires. In 2015, plus de 20 000 Visiteurs se sont informés sur les dernières tendances et ont bénéficié de conseils personalisés. «La Suisse publique bietet uns eine Plattform, auf der wir mit 20 000 Besuchern immer rechnen dürfen. Und für uns ist es eine Ausstellung, wo die Behördenvertreter, die Feuerwehr gemessen können besuchen und in einem Tag einen Überblick über alles, was die öffentliche Hand braucht. » La Suisse publique montre les solutions de demain pour les communes. Soyez aussi de la partie en 2017.